Drohen Rentner höhere Strompreise ab 2024, weil der Zuschuss des Bundes für die Netzentgelte wahrscheinlich gekappt wird? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Aktuell bekommen wir ja nun relativ wenig gute Nachrichten rein. Auch hier wiederum eine Nachricht, die, wo ich denke, vielleicht doch erwähnenswert ist, dass uns allen, aber auch Rentnerinnen und Rentnern höhere Strompreise drohen. Und zwar kann es sein, dass aufgrund der aktuellen Haushaltslage der Bund die Netzentgeltzuschüsse, die er an Energieunternehmen zahlt, hier kappt. Und zwar geht es um den eigentlich geplanten milliardenschweren Bundeszuschuss für Netzentgelte. Und der könnte aufgrund der aktuellen Haushaltslage oder des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts gestrichen werden. Ohne diesen Zuschuss würden Endkundenpreise deutlich steigen. Das sagt Frau Kerstin André, das ist die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. So hat sie es der deutschen Presseagentur mitgeteilt. Normalerweise wollte die Ampelregierung für das Jahr 2024 einen Bundeszuschuss von bis zu 5,5 Milliarden Euro dort bezahlen. Und dann wird es in der ASF kommen. Und dieser Stabilisierungsfonds muss Ende diesen Jahres aber aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts aufgelöst werden. Wo das Geld jetzt herkommen soll, ob es dann aus dem Kernhaushalt kommt, ist noch völlig offen. Ich kann nur so viel sagen, das wird relativ schwierig werden. Die Netzentgelte sind Bestandteil des Strompreises. Und sollte der Bundeszuschuss tatsächlich gestrichen werden oder wegfallen, So hat Verifox zum Beispiel ausgerechnet, dass bei einer Familie mit einem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden jährlich Mehrkosten von rund 100 Euro entstehen. Das mag zwar monatlich nicht viel sein, aber viele Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, das wissen wir alle, haben eine kleine Rente. Und da ist sogar 10 Euro mehr Stromkosten im Monat richtig bitter. Deshalb, meine Damen und Herren, könnte das eine mögliche Folge sein. Und deshalb bin ich der Meinung, ist es notwendig, dass ich Sie über dieses Thema einfach mal ganz kurz informiere. Ich kann nur hoffen, dass es soweit nicht kommen wird. Aber aktuell ist ja offensichtlich in Deutschland, was es den Bundeshaushalt anbetrifft, alles in Diskussion. Sogar Rentenkürzungen sind sozusagen immer mal ein bisschen in der Diskussion. Oder aber auch das Bürgergeld soll gestrichen werden, die Kindergrundsicherung soll irgendwie vom Tisch und vieles mehr. Das sind alles Dinge, die hier möglicherweise auf uns zukommen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt und ich wünsche Ihnen dennoch eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel.